Im Laufe des deutsch-französischen Krieges kam es zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches Anfang 1871. Der preußische König, Wilhelm I., wurde zugleich Kaiser dieses neuen Kaiserreiches und der erste Reichskanzler war Otto von Bismarck. Dieser Otto von Bismarck sollte die nächsten rund 20 Jahre die Politik des Kaiserreiches maßgeblich prägen und wir wollen uns in diesem Video einmal die Innenpolitik unter Otto von Bismarck genauer anschauen. Für diejenigen, die sich auch für die Außenpolitik interessieren, also für die Bündnisse, die Bismarck politisch geschlossen hat, auch was die Kolonialpolitik betrifft, den verweise ich auf die Beschreibung dieses Videos. Dort findet ihr die Verlinkungen zu den entsprechenden Videos. Wir schauen zunächst einmal auf die wirtschaftliche Entwicklung. Im Zuge des deutsch-französischen Krieges kam es zu Reparationszahlungen der Franzosen und diese Reparationszahlungen führt jetzt zu einem Aufschwung. Man nennt die Jahre 1871 bis 1873 auch gerne Gründerzeit, allerdings die Gründerzeit selbst dauert schon seit den 1860er Jahren an, also ist jetzt nicht erst im Deutschen Kaiserreich entstanden und in dieser Zeit gründen sich sehr viele Unternehmen. Eben begünstigt durch die Einigung des Gebietes des ehemaligen Deutschen Bundes, mit Ausnahme von Österreich, und begünstigt eben durch diese Reparationszahlungen, sowie begünstigt eben durch die Industrialisierung selbst und damit eben der ausgebauten Eisenbahnstrecke, also mit der besseren Infrastruktur, kommt es jetzt gerade in den Jahren 71 bis 73 zur Gründung von vielen, vielen Unternehmen. Insgesamt zählt man 928 Aktienagenturen, also AGs, und unter ihnen sind unter anderem auch einige Banken, die es noch heute gibt. Bereits vor dem Jahr 1871 sind es die Deutsche Bank und die Commerzbank, bei dem Jahre 1870 und die Dresdner Bank 1872. Diese Euphorie, diese Gründerzeit, wird dann aber jäh gestoppt durch den Wiener Börsencrash vom 9.05.1873 und in der Folge kommt es eben zu einer großen Depression und diese Zeit nennt man dann die Gründerkrise. Das führt jetzt dazu, dass die Politik allerdings in die Wirtschaft eingreift, denn bis 1873 hat man die Wirtschaft in Ruhe gelassen, das heißt, man hat einfach eine liberale Wirtschaft gehabt, in der der Staat sich herausgehalten hat, aber eben diese große Depression und damit eben auch der Rückgang der Wirtschaftsleistung führt jetzt dazu, dass der Staat aktiv in die Wirtschaftspolitik eingreift und es kommt dann eben zur Schutzzollpolitik, das vermieden werden sollte, dass man eben aus dem Ausland importiert, sondern eben die eigenen Waren im Land ausnutzt und gebraucht, um eben die Wirtschaft im Land stabil zu halten und damit sie eben nicht verfällt. Untrennbar mit Otto von Bismarck und dessen Kanzlerschaft sind aber zwei andere Dinge verbunden, zum einen der sogenannte Kulturkampf und zum anderen die Sozialistengesetze. Und diese beiden wollen wir jetzt genauer anschauen. Die Frage ist, wie kommt es zum Kulturkampf? Zunächst einmal, was ist überhaupt dieser Kulturkampf? Das ist der Kampf Bismarcks gegen den Katholizismus, denn der Katholizismus hat sich zu einer Partei zusammengefunden, die sogenannte Zentrumspartei, und diese Partei strebt jetzt eben einen Platz in der Parteienlandschaft, also auch im Reichstag an. Allerdings warf man dieser Zentrumspartei und den Katholiken generell vor, sie seien Anhänger des Ultramontanismus, so bezeichnet man das heute, das hat man zu der Zeit so nicht gesagt. Ultramontanismus heißt ganz grob, dass man romhörig ist, dass man eben nicht den Kaiser als Autorität ansieht, sondern genau das tut, was der Papst von einem verlange. Und das führt eben zum zweiten Punkt, dass man eben, oder dass Bismarck hier eine Gefahr für die Autorität des Staates sieht, weil er eben der Meinung ist, dass alle Katholiken eben dem Papst hörig sind und damit nicht so sehr dem Kaiser wie eben dem Papst insgesamt, also hörig sind. Ultramontanismus nur vom Begriff her. Ultra und Mons stecken da drin, die lateinischen Begriffe, also eine Umschreibung für jenseits der Berge und mit den Bergen waren die Alpen gemeint und so erklärt sich eben dieser Begriff Ultramontanismus. Wie sehen jetzt die Maßnahmen von Bismarck aus? Da Bismarck ja selbst nicht nur Reichskanzler ist, sondern auch Ministerpräsident von Preußen, geschehen viele Dinge zunächst in Preußen und werden dann auf das Kaiserreich ausgeweitet. Beispielsweise im Juli 1871 wird die katholische Abteilung im preußischen Kultusministerium aufgelöst und das kann man so als Startpunkt des sogenannten Kulturkampfes sehen. Im Dezember 1871 kommt es dann auf Reichsebene zum sogenannten Kanzelparagrafen. Dieser Kanzelparagraf sieht vor, dass Geistliche, das heißt also Priester, egal welcher Konfession, keine Stellung zur aktuellen Politik vollziehen dürfen. Das heißt eben, in den Predigten durfte nicht Bezug genommen werden auf die Politik, es durfte eben keine Kommentierung der Politik geschehen. Und interessanterweise sollte dieser sogenannte Kanzelparagraf in der Bundesrepublik Deutschland noch bis 1953 gültig sein und erst dann aufgehoben werden. Im März 1872 kommt es dann zur staatlichen Schulaufsicht in Preußen und am 4. Juli 1872 kommt es dann wieder auf Reichsebene zum sogenannten Jesuitengesetz. Ganz einfach wird der Jesuitenorden dort verboten. Im Mai 1873 gibt es dann in Preußen wiederum Vorschriften zur Priesterausbildung, das heißt, man legte jetzt fest, dass ein angehender Priester eine gewisse Schulausbildung brauchte, ein gewisses Studium brauchte und eben auch quasi die Zustimmung des Staates brauchte, um später als Priester arbeiten zu können. Das heißt, wenn man eben Bedenken hatte gegenüber einem Priesterkandidaten, dann konnte man diesen eben verweigern, als Priester tätig zu werden. Im Februar 1875 wird dann etwas eingeführt, was uns noch heute sehr allgegenwärtig ist, nämlich die Zivilehe. Sie wird bereits im Januar 1874 in Preußen eingeführt und dort ist es eben so, dass die Standesamtehe die alleinige Ehe ist, die vor dem Gesetz gültig sei. Das heißt also, dass alle Ehen, die kirchlich geschlossen worden sind, eben in Preußen nicht anerkannt worden sind, sondern eben die Standesamtehe da nötig gewesen ist, um Anerkennung zu erlangen vor dem Gesetz. Im Februar 1875 ist es dann so, dass dies auf Reichsebene ausgeweitet wird, also dass die Standesamt-Ehe im Grunde eingeführt wird. Wie gesagt, das ist ja bis heute noch ganz aktuell und eben ein Erbe aus der Zeit von Bismarck. Im Mai 1875 kommt es dann zum Verbot aller katholischen Orden in Preußen, mit Ausnahme derjenigen Orden, die für die Krankenfürsorge zuständig sind. Das sind so im Grunde die wichtigsten Etappen dieses Kulturkampfes, aber man muss festhalten, dass Bismarck damit scheitert. Denn Bismarck hatte sich erhofft, das Zentrum spalten zu können, aber das geschieht nicht. Im Gegenteil, das Zentrum steigert in der Zeit des Kulturkampfes, also von 1871 bis 1881, seine Sitze im Parlament von 63 auf 100 und Bismarck muss am Ende auch resignieren, weil es eben auch Konflikte mit den eigenen Reihen gibt. Zum einen, weil, wie zum Beispiel der Kanzelparagraf, auch die Protestanten betrifft und das Deutsche Kaiserreich war nun mal eine protestantische Monarchie und deswegen kam es auch aus den eigenen Reihen zur Kritik und die Liberalen, und das waren ja eben auch wichtige Bündnispartner von Bismarck, sahen die Grundrechte gefährdet eben in der Art und Weise, wie man hier versucht hat, den Katholizismus zu steuern. Deswegen kommt es 1886-87 zu den Friedensgesetzen und der Papst verkündet am 23. Mai 1887 offiziell das Ende dieser Auseinandersetzung zwischen der katholischen Kirche und dem Deutschen Kaiserreich. Diejenigen, die noch etwas mehr zum Kulturkampf wissen wollen, für die mache ich nochmal ein etwas ausführlicheres Video mit Karikaturen und eben noch weiteren Gesetzen, die beschlossen worden sind und wo wir eben das Ganze nochmal etwas detaillierter anschauen, das ist unten noch in der Beschreibung und im nächsten Teil zur Innenpolitik von Bismarck wollen wir uns dann den Sozialistengesetzen widmen.